wegen der Kameraso in der letzten Folge Das war noch ihre Motoren Fuck, 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 fuck Maybe we could walk That's fucking stupid, Ben I'm just saying Hmm, I don't know I ain't got much experience with y'all's fortitude But we could probably deal with that We got a goddamn train That thing's not full of milk, Charles That's gas or diesel Something that's gonna explode You gotta get a hold of yourself This a crew here This ain't shit This? Yo, you keep screaming like that And you're gonna get your face chewed off Are you guys gonna be trouble? Because we could've just kept walking No, we're friendly Put your hand down, kid That's what everybody says We know Let's give these guys a break We'll see You guys got a problem with your train? Yeah, you're standing right in front of it Dude, it's a wreck It's not so bad from up here Send your buddy up to have a look Anything goes sideways up there We won't let them escape Okay, wir gehen einfach jetzt Wir gehen jetzt einfach mal da hoch So, aber ganz kurz vorher nochmal Leute, jetzt mal ganz ehrlich Die Mutter Das Mädchen in dem Video Die Clementine gefilmt hat Das war doch die Mutti Das Einzige, was sozusagen Dagegenspricht, dass es die Mutti war Ist die Tatsache Dass es sich bei dem Foto Nicht um Clementine gehandelt hat Oder gehaben könnte Also Gehandelt haben könnte Also die Frage ist doch jetzt Im Endeffekt Finden wir die Eltern überhaupt Aber, oder Vielleicht ist das ja auch So eine Art Abschlussprozess Den Clementine braucht Man weiß es nicht Wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal da hoch Das wird come on Someone's like to If I come up there You better not be Murderers or thieves I guess you'll have to find out A group of guys is what we need They're what you think we need We're doing fine For now What about when Stop it Hey dude I'm Omid Lee Krista Wants to deal with the train We're driving it Oh man Oh, Mann! Look, y-you wanna help us out? We could use some able bodies and... Yeah, we-we really need some help. What's in it? Oh, shit! Goddamn, you guys have a kid! What are you doing up here? Do you know how long it's been since I've seen a kid? Shit! What's your name? Clementine. Oh, so he gets to swear. Oh, this is great! See? Things are looking up. You're not her dad. He down there? It's that obvious? To me? No, he's not down there. Huh. What's your story? I came across Clementine alone. First day all of this happened. We've been together ever since. And everybody down there? They're cool? We just met Chuck. But he seems like an alright guy. You always have to worry about new people. I used to love meeting new people. That must have been a long time ago. We're sorry for anything that's happened to you guys. That train is awesome, though. A tank is your real problem. We'll help you with it. But if we see anything we don't like, we're moving on down the road. Alone. We'd appreciate the help. You can't just blast through it, I guess? If you could get it down, the rest would probably be pretty easy. We'll start there. We'll come down and settle in and see if we can help. Okay. Mal gucken, was wir hier so haben. Wir haben einen Generator. Er ist leer. Wir haben hier... Okay, einen Baustellenwagen. Mit Schildern. Klebeband. Wir haben das Klebeband jetzt rausgenommen. So, was können wir denn noch sagen? Können wir vielleicht... Können wir vielleicht in den Laster reingucken? Nee, können wir nicht. Okay. Okay, das ist anscheinend... Okay, das kriegt man anscheinend so nicht frei. Können wir noch mit ihm was erzählen? Let's go talk to your people, man. Omid! What? Okay, die Leute sind vorsichtig. Guys, this is Omid and Christa. Not big on welcomes? Like I said, we could use some good people. We just wanted to say hi and say your train is pretty cool. But we're not looking for charity. These two are joining us. We'll see about that. Gotta be careful about newcomers, I say. I don't know what it is. I could tell you two are good people. You want to start in on that tanker? I'll get to know the girl for a minute. If you don't mind. Then why don't I show you how this thing works? In case something happens. Really, kid? It's probably for the best. Someone might want to have a look inside of that station back there, too. Sounds great. Let's do this thing. Okay. Können wir hier irgendwas machen? This would create one hell of a fireball if we tried to blast through. Okay. Wir gehen jetzt mal ganz kurz hin. Ne, wir machen das immer so. Wir reden erst mal mit den Leuten hier. Übrigens, entschuldigung, wenn euch meine Entscheidungen vielleicht etwas schnell vorankommen, aber das meistens ist der Timebalken. Während ich euch erkläre, wozu ich mich entscheide, ist die Zeit meistens schon um und da habe ich gar nichts gesagt. Dementsprechend. Hey, there. That's a pretty useful radio for her to be holding on to, no? It's busted, but it means something to her. Oh, I understand. Careful. She's a crack shot now. You got this girl shooting guns? Look, I don't need a lecture. You aren't getting one. It's good. She should be able to take care of herself. Where are you from? San Francisco. Geez, a long way from home. I blame the one in there. He wanted the great American road trip. Well, he got a little more than he bargained for, huh? Who the hell is into Civil War history anyway? Other than old white guys. Wonderful. You two will be thick as thieves. What were you two arguing about when I was coming up the ladder? Nothing. If you gonna be around for a while, be good to know what baggage you got. Then maybe we won't be around for a while. Well, not sure how we'll get that tank down. Maybe ask Omid. He likes to break things. You interrogating this woman for us? Yep. Gee, set off any alarm bells? Not yet. She's very thorough. That's what I like to hear. Okay. They come so far as they're ready. There's our one, our guitar boy. I'm glad someone's managed to keep this spirit. I'm glad someone's managed to keep this spirit. It's quite good. It's always, at least, it's a bit chill. And here, we can see. You got a clear view up there? Yeah, we're good for a ways. Thank you God. Und wir brauchen jemanden, jemanden, zu kommen und zu exterminieren oder etwas. Geh mit ihnen. Ich glaube, sie werden nicht irgendwo gehen. Well, ihre Zahlen immer weitergehen. Und ours. Ich sage dir, Lee, wenn sie mich immer wiederholen und ich weiß, dass ich nicht rauskomme, das ist es, Mann. Ich werde nur... ...punch mein eigenes Ticket. Punch dein eigenes Ticket? Ja, ich mache mich selbst raus. Nicht dramatisch. Und nicht lassen sie sich anhalten. So, reden wir mal mit Omid. Wir lernen, die Ropes. Es kann nicht so schwer sein, right? Da sind viele levers ich nicht warten kann. Ich habe gesagt, wenn etwas zu tun wäre, etwas zu passieren. Vielleicht können wir in Schitts gehen. Wir sehen uns. Wie haben Sie es so weit gemacht? Sie sind gefährlich normal. Krista doesn't let us join groups, and I'm a fuckin' scrappin'. I got the feeling she takes care of you. Please. I've saved her ass hundreds. Tens. Sometimes. You like Civil War history, huh? Fuck yeah. What do you know about some Quantrill's rave? Well, it happened about a thousand miles that way. Well, yeah. And we're headed the other way. But if it's somehow not crawling with the dead, there should be some cool things to see. Excellent. Don't tell Krista, though. That won't be as big a selling point for her. You got it. How long since you've been home? Like six months. We were on the road for a while, and then, you know... That's rough. Her cat is gonna be pissed. Talk to you later. Yeah, good. Mal gucken, ob da von der Katze auch was übrig bleibt. Teaching him anything? Trying to. Ah, Kenny gefällt mir gar nicht. Kenny gibt auf. Jetzt hab ich zumindest das Gefühl, dass er aufgibt. So, okay, wir gehen jetzt, ähm, uns mal den Bahnhof da hinten angucken. We're so cool. We're so cool. We're so cool. At least we're so cool. We're so cool. Can I follow you over there? You don't like the new girl? I do, but it's like we're a team. Like you said. Yeah. Alright. Come on. Clementine and I are checking out this train station, alright? Hustle over if you hear anything. Okay. Survivors inside. Okay. Ray Brand Auto Parts. 1931. Recable Imports. Feinsilver. Avertons. Entschuldigung. So. Gut. Hier können wir erstmal... Was ist das? Somebody was doing some painting. Okay. Okay, das hätten wir dann quasi auch. Mal gucken was Clementine... Hatte irgendwas zu sagen? Hm. Ne, also... Gucken wir quasi in Clementine grad. Du solltest mich warten, bevor ich die Tür öffnen. Sorry. Glückwunsch ist es geschlossen. Wir werden besser zusammen arbeiten. Okay, wir gucken uns mal das Ding an. Sie ist verschlossen, wie gesagt. Guck, wir können jetzt erstmal nichts davon offenlegen. Wir müssen erstmal einen Weg in finden. Wir können erstmal nicht sehen, was da drin ist. Ah. Ein Gabelstab. Es sieht nicht aus, wie gesagt, das Ding hat in Jahren gearbeitet. Okay. Dann bringen wir uns auch nicht weiter. Dann versuchen wir mal die Tür öffnen. Hm. Aber... Das bewegt sich nicht. Wir müssen einen Weg finden. Okay. Sorry, dass ich jetzt nochmal da hingeklickt habe. Hm. Womit könnten wir diese Tür aufkriegen? Geben wir uns die anderen. Da oben ist ein Fenster. Das könnte klappen. Das könnte klappen. Das ist gut. Okay. Ich kann in sehen. Was mache ich jetzt? Was hast du gesehen? Vieles kräftiges und was. Vielleicht können wir die Tür finden, oder finden wir eine Art der Tür aufkriegen. Kenny wahrscheinlich hat mich zu holen. Das könnte eigentlich funktionieren, jetzt haben wir die Zeit. Ich denke, ich habe ihn. Für real? Ich denke, so. Ah, Clementine. Du bist Bumbe. Ich werde dir verraten. Lass uns gehen. Sei vorsichtig. Ich sollte dir das erzählen. Verdammt, es ist hier schmerz. Ja, wir halten die Tür mit irgendwas offen. Ob das jetzt so klug war. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ob das jetzt so klug war. Was ist denn hier? Das ist genau das, was wir brauchen. Über da? Ja. Wir brauchen da rein und den Blattdorch zu holen. Kommen wir jetzt da rein und den Blattdorch zu holen. Okay, fest verschlossen. Okay. Wir können hier nicht so da machen. Vielleicht können wir mit Clementine reden. Wir kommen auf jeden Fall von hier aus nicht weiter, aber hier ist zum Beispiel, wie wir uns schwer erkennen können, eine Blutspur, die hier hinter zu den Kisten führt. Gut, es ist zu dunkel. Es ist zu dunkel. Ja, wir kommen hier. Oh nein, 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 nein. Wir versuchen mal das mal. Es ist zu tun, wie wir uns vorzuhören. Aber da sind wir nicht so gut, oder? Oh nein, wir kommen hierher. Ja, wir kommen hier. Oh nein, 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 nein. Wir machen das mal. Come on. Scoot. Behind you! Okay. That's why. Go on and grab the keys, Clem. Come on. Scoot. Behind you! Fuck! I can't believe it. This will be over here. Help! I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry, I'm sorry. Okay. Go on and grab the keys, Clem. Come on. Scoot. Behind you! Let's do this one. Fuck! Fuck! Okay, so. We're getting back on the floor, we're getting back on the floor. We're getting back on the floor. We've seen it. Ah! What is that? What is that? That's the last thing. But no problem, we're getting back on the floor. Yeah, yeah. Come on and grab the keys, Clem. Ja, zweimal sagen, dass sie den Schlüssel nehmen soll. Und jetzt mal... Behind you! Hallo. Okay, wir haben es gesehen, wir haben es gesehen. Wir nehmen es. Okay, wir haben es. Ist das okay? Clem, nimm die Waffe runter. It's okay, it's okay. Everything's fine. Well, I reckon you didn't do it then. Why do you say that? I've driven a bunch of fellas down to this prison. Usually it's about now I get the... I didn't do it. Every time? Every time. People will up and go mad when they believe their life is over. In the room! This other time! Hello? Anybody? You need to be quiet. Who is this? I'm Clementine. This is my house. You've been all by yourself through this? Yeah. I want my parents to come home now. I think that might be a little while. Staying put for too long is a mistake. Those things are all over the damn place. Personally, I'd appreciate the company of a guy who can knock a couple of heads together if he has to. I know who you are. And I know you're a killer. The world has ended out there. Who cares who I am? You don't know who these people are. They could be dangerous. Whoa, take it easy. You just want to help. You can't. Think this through. He's bitten. We gotta throw him out. I'm gonna kill him, cat. You want to get violent to your old luck? Well, come on! I don't know who you are and what you did. But you better become a better liar. Fast. I'm sorry, man. I'm sorry I wasn't here. I'm sorry, man. 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 Vielen Dank.